Herzlich Willkommen im Kaffeein-Job. Ich bin Mario, das ist mein Bruder Claudio. Wir sind hier im Kaffeein-Job. Loris Mate ist unsere Getränkefirma. Wir füllen in der Schweiz zwei verschiedene Limonaden. Für uns ist es wichtig, dass wir in der Schweiz produzieren. Zudem ist es wichtig, dass die Wertschöpfung regional basiert. Plus, dass die Transportwege so kurz wie möglich sind. Denn das Mate kommt ja schon von Weitem weg. Dann brauchen wir Schweizer Zucker und nicht Bio-Zucker aus Costa Rica. Also, wir finden diese oft eine gute Idee. Es spart die Zeit, die wir in den Gängen von Biro ausmachen können.